Es ist gerade 3 Uhr. Ja, ich war gerade erst. Gerade erst. Durch. Es ist 3 Uhr durch. Gerade erst 3 Uhr durch, sag ich doch. Ist doch noch nicht so spät. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen Paladin spielen. Ja, Servus, Tom. Schön, dass du auch mal wieder reingeschaltet hast. Hey, Tom. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Hi, Tom. Lass uns noch ein bisschen gamen. Warte, ich kill Torvald. Oder ne, der spielt auch so. Na, gerade noch so vom Damage weggekommen. Als ob der von da noch trifft. Ok, Torvald ist wieder da. So, ich bräuch mal kurz Zeit in Heilung. Na, ansonsten... Ich hab Torvald auseinander genommen. Das ist gut. Hat er eigentlich keine cooldown auf seine schnittlige Bombe. Kaum. Ok, Torvald ist jetzt sehr gut. Sehr toll. Sky ist hinter uns. Oh Gott, hinter die... Achso, ja. Das hast du vor dir. Sky. Oh, sagt Bescheid, wenn ihr Heal braucht. Wow. Verdammt. Er hat uns halt rausgeschließen. Das war die... Beste... Ja, ich hab viel zu spät geschaltet. Ansonsten hätte ich noch schnell mit dem Fluchtskill zumindest wegkommen können. Er ist tot. So, wir sind jetzt bei 93%. Stellt euch mal auf dieses Ding da, ne. Ich geh da mal. Und Overtime ist durch und wir haben die Payload doch, oder? Weißt du, was ich mal wieder gebrauchen könnte? Da ist Torvald, Torvald ist gut. Ich brauche einen Kaffee. Ok, Torvald ist doch gut. Ah, BK, ne. Ah, nein, Uti abgebrochen. Ja, wir haben sein Uti abgebrochen, indem wir ihn gekillt haben. Ja, aber dann bin ich stuck gewesen, einfach so. Ja, ich auch. Ich auch. Ich dachte, das wäre wie so ein Gamebug. Ja, das wäre nicht schön. Es läuft irgendwie schlecht, aber irgendwie auch nicht. Ja. Es läuft eigentlich ziemlich gut. Schon so eigentlich, ne. So, kommt Torvald, er ist tot. Äh, ich komm mal mit. Und Sky... Ach nee, das ist Kinessa. Danke übrigens für diesen schönen Ohrbaum. Gerne doch. Oder was? Immer wieder gern. Ich versuchte so hart. Ja, ja, 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 ich versuchte so hart. Nicht fast. Ah, das ist nicht mehr. Ach so. Du bist doch nicht schnell gekommen. Oder bist du schnell gekommen? Kommst du schnell? Ich snipe mit Grog. Das passiert auch manchmal. Ich finde, das ist, äh, jetzt nicht verwerflich, ne. Man darf ruhig... Ja, manchmal kommen wir einfach schnell, das stimmt schon. So, okay. Jetzt kommt hier eine coole Ulti und, äh, ne, klatscht einfach nur die Grumpy. Ich bin jetzt auch schon tot. Blöd. Ja, das ist total super. Das Klopapier soll auf jeden Fall mit uns sein. Ich schaue dir gerade nach ins Gesicht gesehen. Das war so schön. Vielen Dank, Dorado. Stand... Schlaf, Dorado. Ach, wer hätt's gedacht. 4, 4, 4, 4. Dorado, 4, 4, 4. Schlaf gut, mein Lieber. Vielen lieben Dank auch, äh, von mir nochmal. Gute Nacht. Achso, warte, irgendwie verpassen wir jetzt grad irgendwie die Ulti... Die Top... Achso, hier. Bomb. Bomb King. Ja, die war halt schon... General ist jemand. General ist jemand? Ja. Das ist der Tom, also. Hi, Tom. Hi, Tom. Hi, Tom. Hi, Tom. Ich glaub, so verjagen wir ihn. Naja, vielleicht... Mief, nicht schlecht, nicht schlecht. 40, 5. Mief. 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 So, most shielding. Geilo. Scheint gut, was weggeshieldet. Weniger als, äh, Thorwald. Aber gefühlt eigentlich schon ganz okay. Schaden haben wir halt irgendwie keinen gemacht. Dreck. Ne, so gar nicht. Ja. Ne, also... Mit Fernando ist auch schwer Schaden machen, muss ich zugeben. Ja, der hat gar keine Range. Fernando ist einfach ein Charakter, der vorgeht, den shield macht und der Rest macht einfach Schaden. Ja. Deswegen hab ich mir einfach irgendwann auf die Payload draufgestellt. Einmal meine super, mein super Emote gemacht und dann einfach nur noch shield. mit. Fernando ist ein guter Charakter, aber niemand will ihn spielen, weil er einfach langweilig ist. Denn der Spieler, der ihn spielt, für den ist es auch langweilig. Für den Rest ist das natürlich gut. Ja, also gut. Weil sein Platz frei wird. Weil sein Platz frei wird. Ganz gut so auf Dings draufstellen. Auf die Payload. Ich mach nur noch diese eine Runde, dann geh ich sowieso. Okay, okay. Schade, schade. Ah. Ich hab halt auch das dringende Bedürfnis, auf Overwatch zu wechseln. Ich hab auch irgendwie so dieses Bedürfnis, selbst zu streamen, aber... Ah. Das wär ja dann so mühsam, ne? Ja. Ja, dann müsste ich wieder Englisch und dann überhaupt, oder so. Hey, wieso darfst du nicht Deutsch streamen? Weil ich auf Englisch streame. Weil meine ganze Community Englisch ist. Ach wie süß. Da wär ich gern dabei. Ja, dann musst du einfach mal vorbeikommen. Jo, einfach mal Mr. Gummy followen. Super Typ da. So. Ach ja. Gut, noch geschieht. Mahlzeit, genau. Keckfer. Immer noch Keks, ja? Keckfer. 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 So. Ich hab aber nur noch drei. Die Q braucht jetzt echt, echt. Oh, shit. Kandalle. Ja. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert da an meinem Häuschen? Wer knuspert an meinem Mäuschen? Ähm. Okay. Ähm. Ja. Ja. So, so. Dein Mäuschen, sagt sie. Selekt ihr Champion. Irgendwie soll die Kinesse Franzosen sein. Das wär so viel Sex eher. Oder jeden. Maeve ist doch Französin, glaub ich. Genau, Maeve ist Französin. Französin. Das reicht aber nicht. Ihr fehlt ja Sex up here. Ja, vor allem sie ist 14. Ich weiß nicht, rosa Haare. Ich weiß nicht, das hat mir gar nicht gefallen. Der Rest ist okay. Okay. Hey, was? Ja, Cassie ist doch ziemlich Cass. Franzosen. Allein die Sprache ist beschissen. Nein, wir haben keinen Heiler. Ich hätte Ying geprägt, hätte ich's gesehen vorher. Ja, ich hab's auch erst grad gesehen. Äh. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich Beric hab. Dann hab ich wenigstens meine eigene Heilung. Und schon wieder ein Torwald. Ach, wie schön. Aber Stufe 2, der ist easy. Ah. Bei dem kann ich mal mein Schild einsetzen. Der wird den hoffentlich dann nicht gleich absaugen. Das ist ja immer so nervig bei den, bei den guten Torwald. Ich will mir jetzt mal Wasser. Mach das. Wasser immer gut. Die saugen mir immer da mein Schild ab. Ich hab nix gegen Torwald. Ich bin Sniper. Ja. Dann hast du bitte was gegen Torwald und zwar Wrecker. Ja. Und viel Schaden. Ich spiel nächste Runde einfach auf den. Ich hab diesen Bonusschaden. Maeve ist so unglaublich klein. Wie gesagt, sie ist auch 14. Wie gesagt, sie ist auch sexy. Ähm. Das hast du gesagt, nachdem ich gesagt hab, dass sie 14 ist. Das würd ich nochmal überdenken. Das war der Unterton in deiner Stimme. Ja. Ich musste den nur etwas hervorheben. Nein. Wir sind jetzt eigentlich ganz froh, dass sie hier so ganz unsexy ist. Oder zumindest jetzt hier nicht so voll sexy gedingst wird. Ja, der gibt mir jetzt grad schon echt nicht Schaden. Ey. Kotzbrocken. Achja. Wir sollten uns vermutlich allesamt Kill to Heal holen. Jetzt, wo wir keine Heiler dabei haben. Tut mir leid. Ja, passiert. Ich hab's ja auch zu spät gesehen. Meinst du, Live-Rip lohnt sich nicht mehr? Äh. Wenn du mehr Leute umbringst, dann ist irgendwie... Kill to Heal schon geiler als Live-Rip. Ja, aber ich bringe keine Gegner um. Was bist du denn? Ein schlechter Spieler. Also abgesehen davon, charaktertechnisch, bist du... Tyra. Tyra macht Schaden und Klarum bringt die Leute um. Also Damage ist ja... Nein, eigentlich werde ich nur umgebracht. Damage ist ja im ehesten dafür da, zu killen. Von daher. Von daher würde ich an deiner Stelle halt schon so ein... Kill to Heal vorschlagen, ne? Ich hätte gern ein Kill to Kill. Also die Maeve, die kann auch noch nicht ganz mit ihrem Charakter umgehen. Das merkt man so ein bisschen. Man könnte allerdings auch meinen, ich kann mit meinem Charakter nicht umgehen so schlecht, wie ich grad spiele. Ab oder ab? Hm? Ist wahrscheinlich beides true. Ja. Oder vielleicht ist das auch einfach nur an der Uhrzeit mittlerweile, ne? Ist ja halt schon spät geworden. Komm, geh sterben Maeve. Okay, endlich mal. So. Sogar von der Ult gekillt worden. Und zwar ohne, dass ich rausgeflogen bin. Ich bin erstaunt. Okay. So. So, mal schnell das scheiß Heil-Totem kaputt machen. Ah, er wollte grad noch seine Ulti zu hinten. Witzig. Maeve kommt von oben. Maeve. Bei mir bleibt das Maeve. Das klingt lustig. Das ist Maeve. 30 Sekunden remaining. Heiler killen, Heiler killen, Heiler ist gekillt. Nice. Da haben wir irgendwo noch ein Torwald gehabt. So. So, die nächste Kinesa unterwegs. Irgendwo springt noch Maeve von. Ja, Maeve lebt noch. Das hör ich. Ja, aber die Kinesa hatte ich gerade erst getötet. Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass sie noch lebt. Ja, das kann natürlich sein. Ich hatte sie nur grad in den Eingang reingehen sehen. Du sahst sie reingehen, aber nicht mehr rauskommen. Was ist da bloß passiert? Ja, hast du deinen Fan aufgemacht. Ich hab ihr einfach drei Headshots gegeben und dann war so BÄM! Mhm. Das fing da falsch. Ja, Gami. Das tötet Leute. Oh, oh, oh. Das wusste ich nicht. Warum hängen hier über Gesichter? Karl. Oh, Beric, Neuigkeiten. They are shooting at you. Wow. Captain obvious, dude. They are shooting at me. Ja. God. Ich bekomm viel zu viel Schaden. Nein, sie hat so wenig Leben gehabt. Deine Maeve. Ach, oder die andere. Ja, genau. Gami, kümmerst du dich mal um die Kinesa, die da drin steht? Steht. Musst ihr denn oben oder unten? Kann ich. Bin ein bisschen tot. Jaaaa. Ja, Ulti und so. Hat mich weggeputzt. Der Reichsulti. So. Und irgendwer muss sich auf den Punkt stellen. Ansonsten kriegen die schon wieder die Payload. Haben irgendwer auf den Punkt. Irgendwer auf den Punkt. Komma. Was die Mie... Der macht so schade. Der macht so schade.